YouTuber, einige YouTuber wollen gerne Witze machen, wollen gerne Klicks haben und sind irgendwelche Islamfeinde am Hypen. Hypt uns! Verbreitet unsere Vorträge! Ihr seid auf die am Antworten, dabei spielt ihr den Leuten, die Jugend, diesen Leuten nur zu. Man macht keine Witze darüber. Wenn jemand den Propheten a.s. beschimpft, man macht keine Witze darüber, wenn jemand die Religion Allahs durch den Dreck zieht. Man nimmt das nicht wie, ach ja, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Deine Meinung ist Kuffer! Deine Meinung führt für Ewigkeit in die Hölle! Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren!